Neue Wege gehen. Bestehendes zukunftsweisend weiterentwickeln. Mit Upper Vision 2030 schlagen wir für Oberösterreich ein neues Kapitel auf. Die Wirtschafts- und Forschungsstrategie ist der Schlüssel zur langfristigen Sicherung unseres Standortes. Wir bauen auf bestehende Stärken auf und begegnen so den großen Herausforderungen unserer Zeit. Laufen nicht jedem Trend nach und bleiben trotzdem am Puls der Zeit. Wir blicken weit voraus und planen gleichzeitig in kleinen Schritten. Upper Vision 2030 stellt die Menschen am Standort ins Zentrum. Gemeinsam mit ihnen gestalten wir die Zukunft Oberösterreichs. Dabei entwickeln wir unsere Technologien und Kompetenzen weiter, kombinieren traditionelle Ansätze mit neuesten digitalen Methoden und schaffen den Brückenschlag zwischen bisher noch getrennten Disziplinen. In den nächsten zehn Jahren fokussieren wir uns auf vier entscheidende Handlungsfelder. Digitale Transformation, effiziente und nachhaltige Industrie und Produktion, Systeme und Technologien für den Menschen, vernetzte und effiziente Mobilität. Die digitale Transformation hat Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche. Sie ist Weichenstelle für die Wirtschaft und die Industrie. Durch die Nutzung von Daten können wir neues Wissen und Wertschöpfung erzeugen. Modernste digitale Technologien wie künstliche Intelligenz schaffen eine Zukunft neuer Möglichkeiten. Damit die Verbreitung von KI in der Gesellschaft Vertrauen findet, brauchen wir sichere und zuverlässige Systeme. Wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt der KI-Forschungsstellen. Oberösterreich ist das Industriebundesland Nummer eins in Österreich. Der Klimawandel stellt uns vor große Herausforderungen. Zur Stärkung der Industrie müssen wir unseren technologischen Vorsprung weiter ausbauen. Durch innovative Umwelt- und Energietechnologien ermöglicht die Industrie eine effiziente Nutzung der Ressourcen. Somit können Kreisläufe geschlossen werden und die Produktion wird effektiver. Die Interaktion zwischen Mensch und Maschine wird sowohl in der Produktion als auch im Alltag immer mehr. Und doch haben Maschinen noch kein intelligentes Auge für uns. Zur Entwicklung innovativer Systeme müssen wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und ihm ein sicheres und effizientes Umfeld schaffen. Der Strukturwandel im Mobilitätssektor hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere exportstarke Wirtschaft. Er führt zu neuen Chancen, aber auch neuen Anforderungen an die Zulieferindustrie. Damit wir auch weiterhin ein international begehrter Partner für innovative Mobilitätslösungen und Komponenten bleiben, gilt es neue Technologien und Systeminnovationen aus Wirtschaft und Forschung zu nutzen. Mit Upper Vision 2030 rüsten wir uns für die bevorstehenden Herausforderungen. Wir bündeln alle Kräfte aus Wirtschaft, Forschung, Bildung und Politik. Gemeinsam gehen wir den Weg zur innovativen Spitzenregion. Upper Vision 2030 – unsere Strategie für die Zukunft Oberösterreichs. Untertitelung des ZDF, 2020